Guten Tag, liebe Zuschauer. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie sich aus Heu einen Stern basteln können für Ihre Weihnachtsdekoration. Dazu brauchen Sie Heu, eine Pappschablone, Nähgarn zum Binden, eine Schere, eine Rosenschere, Blumendraht, verschiedene Zapfen, Schleifenband und Zweige. Wir nehmen die Pappschablone und umwickeln diese Zacken für Zacken mit Heu. So lange umwickeln, bis wir eine glatte Oberfläche bekommen. Ist die Pappschablone vollständig mit Heu umwickelt, schneiden wir mit einer Schere das überschüssige Heu von den Spitzen ab. Diesen Heustern dekorieren wir nun mit Zweigen, die wir zuvor mit einem Blumendraht umwickelt haben und dann mit Heißkleber am Stern befestigt haben. Aus Juteband oder Schleifenband Ihrer Wahl fertigen wir eine Schleife. Wir wickeln diese mit Draht und kleben sie mit Heißkleber am Heustern fest. Mit verschiedenen Zapfen, die wir mit Heißkleber auf den Stern kleben, schmücken wir diesen Heustern fertig. Diesen Stern aus Naturmaterialien können Sie für Ihre Weihnachtsdekoration vielseitig einsetzen. Ob als Tourschmuck oder so wie hier kombiniert mit anderen Dekorationsartikeln. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nacharbeiten.